Hallo, in diesem Video werde ich auf das Thema News eingehen, wie man sie am besten für sich nutzen kann, wie man sie am besten traden sollte. Also vor, bevor das Video richtig startet, ihr könnt gerne an meinem Telegram-Channel joinen, Link dazu ist unten in der Bio, würde mich freuen. Also zum Thema News, erstmal wo findet man News überhaupt, wo erkennt man welche News überhaupt relevant sind an den Forex-Märkten, dafür sucht ihr einfach auf Google Forex Factory. Und dann geht ihr bei Forex Factory ganz normal drauf, ihr braucht euch da auch nicht anzumelden oder so. Und dann geht ihr, wenn ihr hier auf der Seite seid, auf Kalender, dann geht ihr auf Filter und dann filtert ihr erstmal diese drei Sachen aus, weil die nicht allzu relevant sind, weil wir wollen nur die High-Impact-News haben. Und wenn ihr dann zum Beispiel nur US-Dollar, Euro-Trade, also Euro-US-Dollar, dann könnt ihr die anderen Paare rausfiltern, weil die nicht allzu interessant jetzt sind für uns nur Euro-US-Dollar. Macht ihr Apply Filter und dann seht ihr hier, welche News vorhanden sind oder waren. In diesem Fall von dieser Woche, 14. bis zum 20. August, seht ihr, waren hier News vorhanden am Mittwoch und am Donnerstag, FOMC war am Mittwoch und am Donnerstag waren auch noch News. Und ihr müsst für euch selber erstmal schauen, okay, sind die News relevant oder nicht. Gehen wir mal davon aus, jetzt ist hier zum Beispiel Call Retail Sells, dann geht ihr hier auf Open Details und dann könnt ihr für euch einfach schauen. Jetzt haben wir zum Beispiel Dienstag, nur als Beispiel, am nächsten Tag sind die News und dann, um euch darauf vorzubereiten, könnt ihr schauen, okay, wie haben diese News sich die letzten Male verhalten. Und wenn ihr dann hier auf Details geht, seht ihr die Historie und dann könnt ihr einfach in die Märkte gehen und die letzten Male euch anschauen, wie er sich die letzten Male bewegt hat. Es ist erstmal nicht wichtig zu schauen, okay, previous forecast, was kann actual sein, weil wir wollen hier nicht rumspekulieren, was kann passieren zu den News, was auch immer. Weil was actual ist, wissen wir dann zu dem Moment vorher nicht und dementsprechend einfach schauen, okay, was die letzten Male passiert, was für eine Art von Manipulation können wir erwarten oder was in den meisten Fällen passiert. Und dementsprechend könnt ihr euch erstmal ein Bild davon machen, ob diese News überhaupt High Impact sind, ob sie wirklich ein starkes Volumen im Markt sorgen oder ob sie einfach nur, ja, so eine kleine Konsolidierung oder so einen kleinen Move von ein paar Pips verursachen. Genau, wenn ihr das Ganze dann gemacht habt, gehen wir mal in die Märkte und ich zeige euch mal zwei Beispiele, die passieren können. Das sind zwei Sachen, wenn wir High Impact News haben, worauf wir uns fokussieren und die wir auch für uns nutzen können. Also wir haben einmal das Beispiel, ich zeige euch mal hier so ein Kästchen ein, so wir haben einmal ein Beispiel, wo der Markt manipuliert, so wo er zum Beispiel Buy-Set nimmt, Sell-Set nimmt, auch nebenbei kurz als Information, wenn ihr die Videos nicht gesehen habt aus der Academy zur Liquidität, wäre wichtig, wenn ihr euch das anschaut, die ganzen Sachen bauen aufeinander auf und haben Zusammenhänge miteinander, wenn ihr nicht wisst, was Liquidität ist, dann ist es schwierig hier jetzt das zu verstehen. Aber gehen wir davon aus, wir sind jetzt hier in so einer Konsolidierungsphase und genau hier sind die News jetzt. So sagen wir mal genau hier um 8 Uhr, sagen wir mal, sind News und dann konsolidiert und genau jetzt ist 8 Uhr und auf einmal explodiert er runter unter Slow um 15 Pips, sagen wir mal, nur als Beispiel. Geht langsam hoch, nimmt Buy-Side und dann geht er entweder weiter hoch oder er geht halt weiter runter, kommt auf die Bias an, so wie die Bias ist, wie die Structure ist. Aber das ist diese eine Art von News, wo wir es erwarten können, dass er Liquidität nimmt, sagen wir mal Sell-Side, dann nimmt er Buy-Side und macht dann entweder Continue oder folgt einer bierischen Structure oder hat eine bullischen Structure. Zeige ich euch das ganz mal einfach hier als Bullish an. Das bedeutet, hier haben die News gestartet, er hat impulsiv Sell-Side Liquidität genommen und dann ist er Bullish gegangen. Das ist die eine Art von News, die man erwarten kann, wo der Markt halt wirklich Liquidität nimmt und dann entgegengesetzt geht. Das bedeutet, wir erwarten eine Manipulation, sagen wir mal, im Durchschnitt, gehen wir mal jetzt von irgendeinem News aus FOMC zum Beispiel, habt ihr es analysiert. Und nur als Beispiel sagt ihr, okay, im Durchschnitt 30 Pip Manipulation und auf einmal geht ihr hier 25 Pips runter, manipuliert unter das Low und baut sich langsam hoch auf, dann könnt ihr für euch das Ganze so nutzen, dass ihr dann Long Entry sucht, um ihn bis zum nächsten High zu trainen, bis zum nächsten Liquidität oder bis zum nächsten entgegengesetzten Point of Interest. Eine andere Art von News, wie ihr das für euch nutzen könnt, ist, wenn der Markt straight in eine Richtung geht. Das bedeutet, sagen wir mal, wir haben jetzt hier so eine Konsolidierung, der geht runter, baut sich den ganzen Tag darauf auf, dass viele Verkäufe reingebracht werden. Und auf einmal starten genau hier die News und er geht impulsiv hoch, aus dem Nichts. So weit hoch jetzt, nicht unbedingt. Er geht impulsiv hoch. Wie man das Ganze für sich dann nutzen kann, ist, nicht zu denken, okay, er geht jetzt Bullish, ich springe jetzt nach, er wird noch hochgehen, 20 Pips, was auch immer. Nein, geduldig das Ganze beobachten und einfach vom Sinn her, was passiert hier? Es entsteht Euphorie im Markt, viele Käufer gehen rein, zudem haben viele FOMO, Fear of Missing Out und definieren sich Re-Entries. Und in den meisten Fällen sieht man dann, dass wenn so eine starke Imbalance kreiert wird in einem kurzen Zeitraum, dass er die nächsten Tage, und ich rede von Tagen, ich rede nicht davon, dass er direkt darauf versucht, ihn zu shorten, dass er das balanced, sondern ich rede von den nächsten Tagen, wo er eventuell konsolidiert und ihr dann euch ein Re-Entry definiert, dass er diese Imbalance, die kreiert worden ist, balanced. Dass er diese Imbalance, die hier vorhanden ist, aufgrund von den News wieder balanced. Auch in dem Video Imbalance habe ich erklärt, was eine Imbalance ist, aber das ist ja das zweite Szenario. Und hier, wie gerade erklärt, Euphorie, Fear of Missing Out, FOMO, viele Leute steigen ein, springen nach und das Ganze wird gebalanced, die Leute werden raus liquidiert. In diesem Beispiel hier entsteht eine Konsolidierung, der Markt nimmt Sell-Site, es bedeutet, Verkäufer steigen dann ein, weil sie denken, okay, Breakout, Retest, was auch immer, oder wenn Trendlinie ist, Trendlinie, Breakout, was auch immer, steigen in die Short-Position ein und der Markt hat die halt reingebracht, ging unter das Low und daraufhin geht ihr über das High und holt die Short-Position raus. Das sind zwei Szenarien, die man sich so vorstellen kann. Einmal dieses Manipulation, Mitigation hoch und einmal dieses Straight in eine Richtung und danach wird das Ganze gebalanced. Das wird Imbalance und danach Balanced. Jetzt zeige ich das Ganze mal praktisch am Markt. Ein simples Beispiel einfach, das war, ich glaube, das war auch FOMC, das war letzte Woche. Und zwar hat das ja auch im Channel gecallt gehabt, bei den Inner Circle-Membern. Also da war das Ganze so, wir hatten hier um 14.30 Uhr News, ich weiß nicht mehr genau, welche News das waren, können wir aber schauen. Das war ja der 10. August. Hier sehen wir 10. A, also das war CPI, genau, das war CPI News. Und wir hatten abgewartet, eventuell ist dann Spike über dieses High macht, dann wieder runtergegeht, hat er nicht gemacht. Er ist straight hochgeschossen, wir waren, glaube ich, auch in einer Live-Session da. Und dann habe ich einfach gesagt, okay, wir beobachten das Ganze einfach und entscheiden, dass wir den nächsten Tag eventuell dafür sorgen, dass er das Ganze hier balanced und definieren einen Re-Entry. Und nur vom Sinn her, der Emotion der Retailer. Euphorie aufgrund von bullischem Move, viele haben FOMO, Fear of Missing Out, er kommt runter, baut eine bullische Struktur erstmal hier auf am Donnerstag, das war ein Donnerstag. Viele Leute steigen dann rein und denken, okay, jetzt wird er bullisch gehen, jetzt wird er bullisch gehen. Weil er ging impulsiv hoch, die wurden verpasst oder so, er geht jetzt bullisch und die springen nach wie verrückt. Das ist bei Liquidität, das ist unter dem Low und das Ganze wurde nicht gebalanced. Und da hat man ultra clean gesehen gehabt, dass der Markt am Donnerstag so eine Art Distribution aufgebaut hat und am Freitag war dann das Sell-Off, weil er langsam sich runtergebaut hat und clean Order-Flow Entries ohne Ende uns definiert hat, gegeben hat und das Ganze dann bis zum Ende gebalanced hat. Und der Target ist nicht das Low hier oder das Low hier. Der Target ist ganz einfach, hier der Order-Block, hier ist die Imbalance und einfach so der Anfang von der Imbalance. Ganz simpel. Bis dorthin kann man sich seine Tage definieren und dort dann seine Profite raussichern. Ein anderes Beispiel war NFP, das war die Woche zuvor und am Freitag war ein ähnliches Beispiel. Der Markt ging impulsiv in eine Richtung. Kurz als Information, hier waren es innerhalb von 15 Minuten 90 Pips und hier waren es innerhalb von 15 Minuten 65 Pips. Und fragt euch einfach mal, was macht das mit Leuten aus, die gerade am Markt sind? Er geht impulsiv in eine Richtung, 60, 70 Pips oder wie hier oben 90 Pips. Und was macht es mit den Leuten aus? Die Leute verspüren halt dieses FOMO und diese Euphorie. Die haben halt dieses Gefühl von, ich muss da drin sein, er wird jetzt runterschellern, ich muss den Re-Entry definieren, ich muss da drin sein, ich muss dabei sein, wenn er jetzt runter geht, wenn er jetzt komplett die Lows rausholt, was auch immer. Und die verspüren halt diese Euphorie und dieses Gefühl von, ich muss dabei sein, ich wurde verpasst und diese Glücksgefühle und das Ganze wird halt rausliquidiert. Und das sieht man hier wieder ultra schön, dass er wie in dem Beispiel da oben hoch geht, bierische Struktur aufbaut, es rausholt, bierische Struktur aufbaut, es rausholt, bierische Struktur konsolidiert und dann bis zum Ende über das Heißrohr geht und alle Leute, die hier versucht haben zu shorten, rausliquidiert. Und nun mal schön, gibt es nicht viel zu erklären eigentlich, wie ein Beispiel gerade ihm erklärt, ultra clean. Jetzt mal zum anderen Beispiel, was man erwarten kann. Hier zum Beispiel erkennt man, das war der 27. Juli. Gehen wir zum 27. Juli. Hier. Das war FOMC Statement und da sieht man zum Beispiel ultra schön mit dem RIG, der nach unten ging. Das war hier um 20.30 Uhr die News. Der Markt ging erstmal runter und hat hier um 34 Pips manipuliert. Das war der Sales hat unter diesen Lows hier genommen. Hat manipuliert, ist in einem Point of Interest. Das war, ich glaube, eine doppelte Imbalance im M5 oder im M1. Ich erinnere mich noch ein bisschen. Und ist daraufhin Bullish gegangen. Das wird jetzt Sales hat genommen und ist dann Bullish gegangen. Also das andere Beispiel, was ich vorhin euch gezeigt habe. Das sieht auch stark nach News aus. 1. August. Schauen wir uns das mal an, was da vorgefallen ist. 1. August war auch ISM. Das waren auch High Impact News. Wir gehen mal in M3 rein, um das Ganze uns besser betrachten zu können. 1. August geht zum 1. August. Ah, da sehen wir es. Wunderschön. Also, das hier war der 1. August. Und wir sehen hier am 1. August war News um 16 Uhr. Wie seht ihr, 16 Uhr waren die News. Und hier sehen wir wieder ultra clean. Wir haben eine bullische Struktur. Er kam runter, ist hochgegangen. Er kam nochmal runter. Und dann hat er diese Lows hier. Die beiden Lows hier haben Liquidität dargestellt. Leute, die hier long eingestiegen sind, aufgrund von Breakout, Retest, was auch immer, haben SLs unter diesem Low. Hier ist Sellset Liquidität. Oder wenn er hier runterkommt, werden Short-Positionen geöffnet. Dann hatten wir hier um 16 Uhr die News. Und genau um 16 Uhr kam er runter, hat unter das Low manipuliert. Es wurde eine Manipulation von 19,20 Pips gegeben. Sellset genommen, unter die Lows manipuliert. Hoch. Es wird Manipulation runter. Hier ein Mitigation. Mitigation. Und dann hat er sich nach oben hingearbeitet. Und das ist wieder das andere Beispiel von Manipulation, Mitigation. Dass man halt einen Vorfall hat, wo er nicht straight in eine Richtung geht und das Ganze irgendwann balanced. Sondern dass der Markt Sellset nimmt oder Buyset nimmt, Liquidität rausnimmt und dann entgegengesetzt geht. Wie in diesem Beispiel hier. Das war es eigentlich zum Thema News. Wichtig ist aber zu wissen, dass man bei News nicht irgendwie vorherum spekulieren soll. So was wie, ja okay, hier oben könnt ihr reagieren. Jetzt können wir eine Manipulation erwarten. Ne, ihr könnt jetzt Buyset nehmen und dann könnt ihr dort reagieren. Nein, wartet geduldig ab. Und dasselbe ist auch, wenn man will, dass etwas gebalanced wird. Springt nicht irgendwo jetzt rein und sagt, okay, ihr könnt hier reagieren und könnt dann die nächsten Tage es balancen. Wartet geduldig ab. Wenn man erwartet, dass er Sellset nimmt, da irgendwo reagiert und er kommt unter das Low, dann wartet erstmal auf die Reaktion ab. Weil die Wahrscheinlichkeit ist 50%, dass er Sellset nimmt und wirklich reagiert, anstatt dass er Sellset nimmt und dann runter explodiert. Wie in dem Beispiel, dass er dann eine Imbalance kreiert. Und dementsprechend versuchen wir nur High Probability Setups zu finden. Und es ist nur High Probability, wenn man wirklich geduldig abwartet. Weil News sind wirklich sehr volatil. Ihr könnt das Risiko haben, ein Slip Page bekommen, dass bei eurer SL nachgezogen wird. Aufgrund dessen, dass die News ziemlich volatil sind. Und das ist halt viel zu hoch, das Risiko. Und das Risiko würde ich nicht eingehen. Ich empfehle niemandem, so ein Risiko einzugehen. Deswegen geduldig abwarten. Reaktionen abwarten. Und wenn ihr dann euch sicher seid, dann findet ihr Re-Entries ohne Ende. Dann findet ihr Re-Entries ohne Ende. Ob ihr etwas balancen wollt oder ob ihr etwas mitigieren wollt, weil etwas manipuliert wurde. Genau, das war es eigentlich. Ich hoffe, dass dieses kleine Video euch gefallen hat zum Thema News. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen helfen. Ich habe es mir damals sehr schwierig getan, News zu traden. Und es ist auch ein ziemlich riskantes und schwieriges Ding. Und deswegen lasst euch Zeit. Übt viel in der Praxis mit Demo. Sammelt eure Erfahrungen. Und dann werdet ihr irgendwann ein Auge dafür entwickeln können.